Sportgeräte? Sport machen. Von dem ist die Musik. Mitten drin stehen. Was ist das für ein Scheiß? Ich muss mal aufrufen gehen. Okay. Ja. Ja. Schreien wie meine Kinder im Auto sind. Was ist das denn? Aber die parken da auch. Da ist kein Giftgames. Aber die parkt jeder wo er will. Ja, aber trotzdem. Wenn die dann nicht um die Ecke kommen. Dann sagen die, wir sind froh, dass der parkt jetzt gekommen ist. Er müsste ein paar Meter weiterfahren. Da sind sie zu faul. Ja. 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 Ich hab noch mal dabei. Ja. Ja. Dein November. Die sind nicht gut. Aber. Ja. 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 habt ihr auch fahrradketten ja haben sie mitgang oder ohne gang mit 8 euro ok da hat das ein unterschied an der kette da sind unterschiede das andere 16 ach so dass so mehr glieder ja super dann weiß ich dann komme ich gleich in meine zweite runde bin gerade reingekommen super danke auch groß mh 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 Ja. Ja, ich bleib ja nicht richtig stehen. Ich guck einfach. Ja. Nicht, dass wir verloren. Und Schutzfolie. Ne? Geh mal vor, ne? So. Ach, ja, lass mal nach oben mit Sexfläger hier. Ja. Ja, gut. Hucke! Produikate hier. Hier geht's. Nachgeschäftig. linge, du hast mich jährlich besser gemacht, ne? Hier geht's. Deko, ne? Für Hunde. Da hat der Hund sich auf die Bank setzen können. Nein, da ist so ein Naps drin. Bis zum nächsten Mal. Gut so. Ich habe hier schon ein paar Mal gesehen. Ja, ich habe hier schon ein. Hier. Star Wars. Das ist eine Box, aber nur Episode 5, 6 und 7. Ich halte die Augen offen nach ganz alten Sachen. Alten Computerspielen. Zum Beispiel hier. Aber das ist noch zu neu alles. So, jetzt sind wir ruhig. Ja. Ja. Wir haben eine rüber. Also was muss man aufpassen. Das war jetzt abgelaufen. Oh. Oh, guck mal. Ja. Ja. Das ist der da mit dem roten. Ja, machen wir es. Zähl. Kommen. Kommen. Zähl. Zähl. Ja, da vorne. Ja, da vorne. Ja, da vorne. Ah, Steakfood. Nein. Puh, zwei Dollar. Ich habe gerade noch überlegt, was sind die denn? Ja, ich bin alleine da hin und dann zeigst du dir, wie viel kostet das, Mann. Mal gucken, ob das das erkennt, aber ich bin alleine da runter. Leck mich am Arsch. Ah ja, ihr würdest die auf jeden Fall kaufen. Was ist das für Liquids? Hä? Nö. Waffenmesser und so, oder? Wenn man sowas verkauft? Die sind doch alle direkt aus dem Knast. Wie heißt denn rein? Wir könnten ja jetzt mal ein Messer kaufen und dann die anderen abspischen. Ja. 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 Hi. Ja. . Ja. Ja. Green Paris. vaat is red. Ha, ha, ha. His favorite. Das ist geboren. So, dann müssen wir mal gucken. Buch? Ah ja. Duftöle hier, die kannst du unseren Nachbarn mitbringen. Duftöle hier, die kannst du unseren Nachbarn mitbringen. Aber das ist schon schön. Oh, schau. Jetzt kommt gleich den Aufzug. Ich weiß nicht, ob Papa kommt. Wenn wir so ein... Oh. Ja, ja. Ich weiß nicht ... Beide mit den Deppöse, die Kormier Mr. Brems. Sie spielen sehr viele, die in der Breite. Die Kormierungen werden die Stimme geschenkt. Und Sie finden Ihre Stimme! Es gibt nur noch Stimme in die Kormierung. Und Sie finden es auch nicht. Die Stimme in die Kormierung. Die Stimme in der Kormierung ist alle so viele Teile. Die Stimme in die Stimme in die Stimme. Das ist wichtig für die Stimme. So Clibier, die sind noch ein wenig gehalten. Na ja, haben die die Preise erkannt, so war Pokémon für 35€ das Alter. Da das jetzt 10€ gekauft hätte, hätte ich direkt mitgenommen, hätte ich wieder verkauft. Müssten wir anscheinend, dass das so teuer ist. Ja. So, wo sind die denn? Ja, ich seh Papa schon. Ja, ich auch, da durch den Busstuhl. Ja, das warí gonig, du hast zu machen. Damals hier, schwa Alexa, einen Tag. An der Techniker inukanen, mal schoru auf, aus drücken. Ja, aber genau, so calculations meta geht es halt. Ah, ja, das wurde komplett geplant. Wir Defense dijous ja? Oh nein. –D وت非常的 ähnlich. So, alle prima. Was ist das? Wir haben hier noch etwas anderes mit. So, machen Sie auf? Ja? Ja, alles gut. Ja, ich kann mir kurz nicht sehen. Ja, ich kann mir kurz nicht sehen. Ich kann mir kurz nicht aufmachen. Ja, genau. Dann haben wir auch noch. Ich kann mir jetzt auch noch mal reden. Ich kann mir kurz nicht mehr sehen. Ja, wobei ich nicht mehr kenne. Ja, wobei ich nicht mehr kenne. Das war die Pantchen. Das war eine Sonne, die war. Heftig. Das ist der letzte Gang, ne? Die originalen Sachen hier verkaufen ist scheiße. Ja. Das ist gegessen. Ja. Ich glaube, an Papas Stelle diese T-Shirts auch eins hinterherstellen. Diese Hemde, die sind doch mega. Ja, ja, klar. Wenn du die Größe hättest, Hammer. Ja, sicher. Nie wieder Hemd sorgen. Das hast du ja zu dünn. Dann schleckern die das da hinterher nicht. Im Mai passen die alle, bei der tausend Stück, hat er gesagt. Ja, klar. Oh, guck mal, das ist eine alte Whiskyfläche. Wie das abgeplatzte, dieses Rondell, ne? Gibt's schon. Ja. Gibt's schon. Ja. 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 Dann. Ja. 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 Die Flügel ist in der Nähe der Flügel. Guck mal, da sind so Aussätze, und guck mal, da regen wir bei den Sachen, das ist das für Material, unten rechts. Der Ring? Weiß ich nicht. Guck mal, willst du den nennen? Hm? Ja, was ist das für den Pfand? Das ist schon mehr wert, als er glaubt. Sehen Sie noch Stative? Guck mal, hier geht's auch so die Verschenkel. Oh, Tennisböne. Unten so ein Oldschool-US-Paar-Basketball. Guck mal, unten so amerikanische Kennzeichen. Hä? Äh, dann sind sie frech, so einfach gedruckt. Boah, da ist der Stamos-Hiburnherdchen, so alte Dinger, da kannst du nicht bezahlen. Kannst du nicht bezahlen. Kannst du nicht bezahlen. Wenn du zu nah dran gehst, dann stehe ich auf und kommt. Nein, nein. Danke. Coole Sache. Bitte. Du bist ja nur ein Schiff. So. Hallo. 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 Komm, doll pack'h, sag'h! Hälber, minions. Karra? Das ist es? Wow, ja. 투ßen... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Ja.